Hallo und herzlich willkommen, ich bin euer Mr.Benim 1974. Wir sind bei Space Man-Bow auf dem MSX2 Plus. Das ist RC-Modul 768 und es ist auch das einzige Modul von Konami, was den MSX2 Plus unterstützt. Das hat tatsächlich, ich habe es ausprobiert, sanftere Scrolling. Also Scrolling sieht deutlich besser aus als auf dem MSX2. Ja, vielleicht hätten sie es bei den anderen Games auch mal machen sollen, aber dann gucken wir einfach mal rein. Denn dieses wichtige, ganz wichtiges Map, was ich schon mal tatsächlich auch in echt gesehen habe, auch dass sie so irgendwo bei 2 mitschleifen. Es gibt dann tatsächlich noch Man-Bow 2, das habe ich aber gesehen, das sind die glaube ich irgendwie als Homebrew nur fertig. Das habe ich aber noch nicht ganz verschnallt, weil das kann ja eigentlich zeitlich nicht mehr vom Konami sein. Weil die haben ja schon was anderes getan. Das ist das vorletzte Modul übrigens, der normalen Reihe. Aber dann kommen wir zu den OEM, weil die böse Menschen sagen, die ÖM-Version. Und die Disquasion wollte er auch noch sehen, also machen wir die Disquasion nicht mehr genauer. So, erstmal Angriff. Geht mal alle erstmal kaputt. Stimmt, ich suche, was da passiert. Das ist auch nur schön, dass es auch noch ein Mini-Bild ist, ne? Gut, jetzt könnte ich da zoomen, aber ich lasse das jetzt genauso. Das ist schön in der Videonachbearbeitung. Da kann man das schön hier auch vollbilden haben. So. So, so ein Smub, das kann ich glaube ich schon mal sagen. Das sieht so aus. Und der ist gar nicht schlecht. Vielleicht mache ich den auch mal für ein bisschen was Längeres. Mal gucken. Den habe ich noch nicht letztlich gemacht. So gesehen ist das ein Punkt, dass das auch mal kommen sollte. Die Musik ist sehr großartig. Klar. Zu der Zeit hatten sie es auch drauf. Das ist Quaaf, was zum Schluss kommt. Die Musik ist geil. So. Und es geht. Los. So, wie ihr seht. Das Trolling ist besser. Es ist deutlich sanfter. Aber es läuft irgendwie richtig flüssig, ne? Ich bin gespannt, wie das gerendert aussieht. Der Vorteil ist... Also wenn ich das als MP mache, würde ich das natürlich auch mit was anderen blenden. Damit das auch bei 60 Frames bleibt. Sieht deutlich sanfter aus, als die Version, die ich mal gezockt habe. So. Da ist es schon wieder. Da wäre das böse Wort mit F gewesen. Ja. Ah, super. Wie scheint das denn? Ja, ich kann das. Ja. Das ist ja schon besser. Komm mal nach. Okay. Direkt so, ohne. ich weiß noch nicht was du bist wenn man die power leiste voll hat auch irgendwas bekommt oder eben auch nicht das ist das ist extrem flüssig müsste man das alte video angucken dann seht ihr mal was der gut dann würde ich sagen haben wir das gerade eben definiert das gibt es bald ich weiß noch nicht wahrscheinlich so verdammten lang ist das wahrscheinlich auch nicht das game alles einsammeln was es hier gibt der kern weg der kern weg hier macht es aber booms oh geil boss musik ist nicht gut bestimmt ok ok du asshole super gut aber das ding kriegte inkomplett ist nicht wirklich leicht das sieht man jetzt schon ja 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 das ist ein schön nice so ja 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 das ist ganz schnell durch wie macht man das denn wenn der da dementsprechend mit der kralle kommt aber das war tatsächlich noch nicht das finale geben tatsächlich noch 1 danach soweit so gut so versuche es so es ist der einzige anruf den er hat Wäre auch schon leicht. Das ist ja ein Mammutkampf. Na, komm. Zweite Form. Yes. Tot. Schön. Ich gehe davon aus, das wird nicht einfacher. Okay. 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 Boah. Oh, das spielt sich genial. Ja. Und auch verschiedene Strolling, natürlich. Aber es spielt sich eh gut. Extrem sanft. Das ist Smooth Scrolling at its best. Ich glaube, ohne Scheiß, das ist in dieser Version der beste Smub auf der Kiste. Ist ja nur genial. Waaah. Waaah. Ich weiß nicht, was eng ist, aber ich sammle es trotzdem ein. Okay. Jetzt ist die Leiste gleich voll. Ist die schon im Gelben? Waaah. Waaah. Ah, Vorsicht in den Rücken. Nein! Mist! Jetzt bin ich auch mal gespannt. Alter Schwede! Nein! Du Scheiße ist das eine Stelle. Ja, da muss man tatsächlich hier extrem viel Geduld haben, wie ich hier total für bekannt habe. So, jetzt abwarten. Boah! Schön! Nein! Wie fang ich denn nochmal an? Einfach so was anderes. Ha! Du mich auch! So! Boss? Haha! Natürlich! Ach du Scheiße! Ja! Wie geht das? ich bin so doof dafür spaceman bau bald als das kann ich euch schon mal versprechen das ist ja nur geil sehen wir uns beim nächsten mal wieder bis dann tschüss